Es kommt bestimmt Turm, es kommt schon wieder Kaffee, na ok, aber erst einmal hallo du seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Greifen an, schon wieder Kaffee. Spielt voll gelogen, Iana geschenkt, ganz schön blau, die Normand, jetzt nicht mehr, wieso spielt denn jemand rekrut, bringt ja nichts mehr, sieht man ja nicht mehr, welcher Rang da vorliegt. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ganz oben, ganz oben, ganz oben, ganz oben. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Motzi haben sie ne toll. Du Scheißteil. Deswegen bin ich halt hier so langsam rangefahren, weil ich eben genau das vermutet habe. Dann fahr ich wieder runter, da wurde ein Käfer abgesondert. Runter da, wo ich reinfahre. Äh, rein geh. So, fährt nicht rein. Nein, nein. Der Entschärfer liegt drum, Maverick. Mach was. Du dummer Typ, sammle das Ding ein. Ich hab auch keine Lust, das Ding zu holen. Ich mein, ich leg da einen extremen Weg zurück. Ah, Rekrut macht das schon. Warum nimmt er den und lässt den dann liegen? Rekrut macht es doch nicht. Dann machen wir es halt ohne Entschärfer. Kann ich auch mit leben. Ich gebe da jetzt nicht noch mal hin. Wobei wir noch 200 Minuten haben. Meistens dürfte es eh über alle Gegner umbringen und so muss das jetzt auch laufen. Daher muss halt den Entschärfer womöglich gerade. Ja. Entschärfer wurde erneut gesichert. Hm, ist schon offen. Hoppala. Ich sollte vielleicht erstmal in die Tür gucken, ich darf... Ach du Scheiße. Das war nur ein Stuhl. Dass ich da nicht gestorben bin, das war mehr Glück als Verstand. Wie war das erstmal in die Tür gucken? Jetzt hab ich schon wieder zur Kamera geguckt. Kaum noch Zeit, 70 Sekunden, das ist richtig kacke. Ich will jetzt eigentlich nicht so viel Lärm machen. Ich muss jetzt aber so langsam mal Kette geben. Schießt doch jemand. Ich lade nach. Mit dem Kollegen oben. 45 Sekunden. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. 40 Sekunden. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Keiner Willkommensmutter, das ist schon mal schön. Spritzenmann haben sie noch. Ich höre Käfer. Wieso? Hat der Kamera geguckt oder wie? Er hat wie ich schon gezielt, aber er war halt besser. Da. Schön wieder Rekrut. Fuse hat den Entschärfer. Mal gucken, ob er den noch behält. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Der hat sich den auf jeden Fall freiwillig genommen. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Tainer. Puh. Gerettet könnte man meinen, vielleicht kommen wir aber gleich wieder um. Annäherungssensor. Uh, uh, uh. Schon wieder gerettet. Guckt jemand? Immer noch ein Fragezeichen. Und wir müssen aufpassen, es könnte gegrapscht werden. Fünf Sekunden bis Einsatz. Das ist ein Loch. Der Entschärfer ist noch bei Fuse. Da ist schon noch drin gewesen. Schaut mal da. Da oben. Klebt. War das ein Kanister? Hier oben an der Tür war was. Eieieiei, das kann was werden. Nachladen. Schicke FGS los. Das Team scheint gut auf Zack zu sein. Abstand halten. Abstand halten. Abstand halten. Auf Faumband auftreten. Abstand halten. Abstand halten. Abstand halten. Abstand halten. Ich hätte die Wand ja zum Beispiel gar nicht aufgemacht, die er da aufgemacht hat, damit die eben nicht zwei Wege halten. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich durch diese Wand umgebracht wurde. Die Partie wird wohl gegen uns entschieden. Schon wieder Rekrut. Drei haben bisher noch nichts gemacht und sind immer einfach nur gestorben, wenn man es so will. Die müssen jetzt in der mittleren Etage sein. Okay, noch haben sie wieder. Also irgendwie folgt uns doch. Das ist ein Bild. Ich glaube, der wirft die Lampe. Vielleicht wird er abgeschossen. Ah, wird vorbeigerannt. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Ihr müsst eine Bombe finden und entschärfen. Wenn die runter geht, ist ja oben frei. Das war's verletzt. Ah, nicht so nah hier vorbei. Vielleicht schmeißt Herzschlagmann seinen C4 hoch. Ohne zu gucken, werde ich jetzt hier oben reingehen. Mist. Hier ist der Boden offen. Oh oh. Die Luke ist noch zu. Ach, die Luke mal auf. Sprengladung ist bereit. Durchbruch. Blitzgranate eingesetzt. Ein Gegner verbleibt. Blitzgranate geworfen. Gegner eliminiert. Eigener Trupp erfolgen reichen. Uh, wir haben eine Runde gewonnen. Jetzt werden wir ganz nach oben gehen müssen. Weil da alle hinwollen. Die werden alle vom Dach kommen. Die wenigsten werden von unten, so wie ich, einfach reingehen. Deswegen ist die Taena, glaube ich, eine schlechte Wahl. Und schon wieder Rekord. Ha, hab mich abgesetzt von, ich bin einmal nicht gestorben. Der andere hat bisher gefühlt noch gar nichts gemacht, außer gestorben. Drei Runden, drei Tore. Keine Assistierung, keine Eliminierung. Nein, wir machen hier doch nicht auf. Macht einfach mal so ein bisschen auf. Kann er ja gerne aufmachen, aber hier ist zu. Hier will ich auch nicht offen haben. Hau bei, das lasse ich dir noch. Das finde ich gar nicht so schlimm. Ach, Munition gespart. Die sah ja wild aus, das Drohne. Ist da nicht schon jemand? Haha, da ist zu. Das Dach ist bestimmt schon ein Glas, oder? Aaaaaah. Jum. Schnell weg. Über uns ist jemand. Da ist es so sehr gut. Ich muss schon sagen, hockt da jemand? Nein. Die Flasche nimmt, denke ich, da ist jemand. Einer ist noch über uns. Ja, die Tür unter uns wird geöffnet. Vielleicht steht eine Granada, auch eine Parahöche. Wer hat die noch alles? Also Kapital weiß ich, aber... Hier gab es doch noch jemanden. Mittlerweile. Träger aufgehalten. Hat gesuppt. Hier kann ich halb sehen. Siebzehn Sekunden noch. Fünfzehn Sekunden noch. Zeit läuft in zehn Sekunden ab. Entweder umbringen oder ein Schärfer. Nur noch ein Gegner übrig. Er ist doch hier. Zeit wird erreicht. Dachte, der steht hier noch gegenüber meiner Wand. Er war schon ein Stück weiter. Da war er auch kurz. Gehen wir in die Küche? Uh, ich könnte es entscheiden. Nee, doch nicht. Das ist trotzdem eine gute Möglichkeit. Wenn die Fuse haben, kann ich oben abgreifen. Hier fliegt C4. Das ist nicht gut. Kann mich aber trotzdem um die eine Luke kümmern. Bei der Fleischkammer. Die Gegner wissen auch, dass sie jetzt nach unten müssen. Insofern werden die wenigsten Drohnen hier hochkommen. Und ich dampf ganz nach oben ab. Ist einfach zu gut. Da tapst was der Gläs. Nachladen. Keiner an meiner Wand. Keiner hier oben. Hätte ich nicht gedacht. Ist auch noch zu. Da steht er. Dann muss ich nicht nennen. Da ist dann keiner. Ist noch vorbeigefahren. Auch keiner davor. Was ist denn hier los? Niemand da. Bei der Bäckerei ist bestimmt jemand. Bip, bip, bip. Nachladen. Damit haben sie auch. 48 Sekunden. Oh. Muss mich gleich beeilen. Wenn ich kraften würde, muss ich das jetzt machen. Der hat auch nur aufs Verdacht dahin geschossen. Der hat auch niemals mitbekommen, dass ich hier bin. Vielleicht doch. Einer Truppe eliminiert. Mission gescheitert. Komische Gegner gehen alle im Erdgeschoss rein. Kein Bug. Kein Hammermann. Kein Fuse. Fünf Runden, fünfmal nur gestorben. Kamin und Bergbau. Okay. Kann ich hier oben ne Luke zumachen? Standort der Bombe in Gefahr. Bomben verstärkt! Was hier alles rumfliegt ey. Eckerhaft. Es bleiben zehn Sekunden. Fünf Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Hammermann haben sie wieder. Kommt jemand an. Auf feindliche Aktionen. Also was spannend. Ist genau hinter mir. Ist wieder nach ganz oben. Was machen die denn? Wieso wollen die denn hier nicht rein? Scheiße. Jetzt weiß er, dass ich hier von hier aus ankomme. Das ist eine Drohne. Mist. 126. Die haben wieder einen Nomad. Da muss ich auf Luft hier beachten. Genau. Da knackt was. Mann, war ich schlecht. Ich hau drauf. Ob es nicht reif. Jetzt. Das habe ich gehört. Aber konnte ich ja nicht viel machen. Er hat gemerkt, scheiße, ich bin spät dran. Immer noch alle vier am Leben. Obwohl die im Treppenhaus ein Gegner war. Oh Mann. Dann war das ja bloß ausgleichend. Ich habe jemanden umgebracht. Ich wurde umgebracht. Um die Kameras kümmern, die sich auch gut. Das Team ist echt gut. Nur noch 15 Sekunden. Ich helfe, Schumi. Treffen. Na, zweiten Versuch. 5 Sekunden. Ich habe Zeit der Operatorin in den eigenen Trucks. Wow. Nicht schlecht. Die finale Runde. Und wir verteidigen wieder. Wer werden wieder hochgehen können? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Zugangssperren ist denen egal, die Matten sind ja noch auffälliger, aber mir geht es eher um die Waffe hier oben Mit dem dicken Visier Mal gucken, ich lasse den jetzt machen Spaß Oh ja, das geht schief, Leute Wir müssen zumindest die Ecke hier zu haben, damit wir einen Rückzugspunkt haben, falls wir hier was machen möchten Aber die wird offenbar nicht aufmachen Bin ich mal gespannt, ob das gut wird Was ist denn das für eine Short-Blinde? Hallo? Ich fasse es nicht, ey Ich würde gerne noch ein Bild drüber legen Über die Bekommensmatte Könnte man meinen, ist es mal abgefallen Geht schon Über mir ist einer Ah, das sieht er doch Drohne fährt Beides sieht man ja vorne, wenn man hinter uns kommt Okay, das ist Ahoni Beides sieht man ja vorne Oh ja, das ist ja vorne Oh ja, das ist ja vorne Oh ja, das ist ja vorne Da ist eine Flasche da unten Da ist eine Flasche da unten 70 Sekunden haben sie noch Tür unter uns geht wieder auf Was ist das denn für eine Waffe? Zwei Ringe? Okay, der ist auf dem Dach Er wird auch da runter springen Dann gehe ich mal hinter die Tür, damit ich dann schnell in die Tür gehen kann, wenn ich Deckung brauche Raucht der da oben? Hm, wenn der jetzt durch den Rauch kommt, das wäre lustig Haha Oh, das war auch lustig Zeit läuft in 10 Sekunden ab Zeit wird ablaufen, das schafft er nicht Leider keine Zeit mehr Das war ja mal eine extrem spannende Partie, ich hätte nicht gedacht, dass wir die A so spannend halten und B überhaupt gewinnen Das Team wirkte ziemlich gut, das Gegnerteam Rekrotspieler sind nie gut So Wieso darf ich denn wieder nichts vergeben? Wieso darf ich denn wieder nichts vergeben? Blowbegung verfügbar, noch eine Passiert nix Komisch Das muss man Ubisoft mal erklären Da oben stand eine dicke, fetter 1 Jetzt wird vielleicht jemand die Serie wegen mir Ne, wegen Ubisoft reißen Wer weiß Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschüss tschüss Gäst 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 Gäst